Auch zur spanischen La Liga gibt es natürlich meine Prognose zur Saison 24-25, welches Team ich am Ende auf welchem Tabellenplatz erwarte und ich würde sagen, wir starten direkt rein von unten nach oben und auf Platz 20 ist bei mir der Aufsteiger Real Valladolid. Nach dem Abstieg schon mit dem aktuellen Trainer am Ende in Person vom Uruguayer Pezzolano ist ihnen als zweiter der direkte Wiederaufstieg gelungen. Allerdings fehlt mir bei dem Kader auf fast sämtlichen Positionen die Qualität für die 1. Liga, die man sich bis auf Tschömert für die Innenverteidigung nicht hinzugeholt hat und somit auch nicht die nötigen Unterschiedsspieler um die Klasse halten zu können. Auf Platz 19 folgt dann Udi Las Palmas. Bei Las Palmas habe ich ein ganz komisches Gefühl, weil ich da auch komplett daneben liegen könnte. Letzte Saison hat man als Aufsteiger mit dem zweitmeisten Ballbesitz aller Teams eine starke Hinrunde gespielt, ist in der Rückrunde aber komplett eingebrochen. Trainer Pimienta hat sie jetzt in Richtung Sevilla verlassen. Der neue Mann an der Seitenlinie kommt mit Luis Miguel Carillon von Real Oviedo. Er ist es also gewohnt mit einer nominell schwächeren Mannschaft ballbesitzorientiert zu spielen. Dennoch hat er halt noch keine Erfahrung in der 1. Liga vorzuweisen. In Kombination mit dem Fakt, dass man letzte Saison schon seine Expected Points overperformed hat bzw. nach diesen abgestiegen wäre und der Kader maximal auf dem gleichen Niveau geblieben ist, wenn überhaupt sehe ich einen Abstieg als nicht unwahrscheinlich an. Vor allem der wahrscheinliche Wechsel im Tor von Valles, den für mich besten Keeper der Liga letzte Saison zu Sillessen, könnte ihnen Probleme bereiten. Und der dritte Absteiger im Bunde, zumindest laut meiner Prognose, wäre dann C.D. Lechanez. Mit Borja Jiménez haben sie einen jungen, aber dennoch schon erfahrenen Trainer, der sich erstmals in der 1. Liga beweisen muss. In seiner Debütsaison ist man letztes Jahr aufgestiegen und hatte dabei die mit Abstand beste Defensive. Dabei hat man zwar häufig 0 zu 0 gespielt, wurde am Ende aber dennoch souverän Meister, trotz dessen, dass man gegen Ende etwas nachgelassen hat. Aus der Aufstiegsmannschaft hat sie an wichtigen Spielern nur Torhüter Conté in Richtung Villarreal verlassen. Hinzu kamen beispielsweise die ablösefreien Tapia oder Rossier. Sie haben den niedrigsten Gesamtmarktwert aller Teams. Dennoch finde ich die Kaderzusammenstellung in Kombination mit dem Trainer interessant, sodass ich sie nicht auf den letzten Platz tippe, auch wenn sie am Ende dennoch absteigen. Davor habe ich auf Platz 17 Rayo Vallecano. Sie sind extrem schwer einzuschätzen, da sie letzte Saison nahe am Abstieg waren. Gegen Ende der Saison hat der aktuelle und noch unerfahrene Trainer Iniko Pereth übernommen und einen schwachen Punkteschnitt von nur einem Punkt pro Spiel vorzuweisen. Wenn man sich allerdings die Underlying Numbers anschaut, wären sie letzte Saison nach Expected Points siebter geworden und hatten von den Nichtabsteigern die größte Underperformance, was das angeht. Demnach bin ich etwas zwiegespalten, ob sich das jetzt anpassen wird. Denn der Kader wurde nicht extrem verändert, Stammtorwart Dimitrievski ist aber weg und wurde nicht adäquat ersetzt. Auch ansonsten fehlt mir bis auf Easy Palathon so ein bisschen die Qualität im Kader, weshalb ich sie jetzt mal auf Platz 17 tippe. Auf Platz 16 kommt dann tatsächlich Cea Osasuna. Nach der langen Amtszeit von Arasate hat man mit Vicente Moreno einen neuen Trainer, den ich per se nicht als schlecht ansehe, der sich aber erst noch mit dem Team einfinden muss. Das Gerüst ist dabei ein stabiles mit Spielern wie Moncayola oder jetzt der Laie von Zaragoza von Bayern. Allerdings hat Arasate jahrelang wahrscheinlich mehr aus dem Kader herausgeholt, als eigentlich drin war und genau jetzt hat man auch den absoluten Führungsspieler und besten Defensivspieler mit David García nach Katar verkauft. Aufgrund dessen könnte es eine turbulentere Saison werden, wobei ich nicht ausschließen würde, dass sie mit unten reinrutschen. Auf Platz 15 sehe ich dann Retaffe. Mit Bordalas, dem am jüngsten aussehenden 60-Jährigen der Welt, sind sie auf der Trainerposition gut aufgestellt. Er holt in etwa das aus dem Kader raus, was drin steckt, teilweise etwas mehr. Allerdings ist das für diese Saison nicht besonders viel. Man hat zum Beispiel Maximovic und tatsächlich hier auch Greenwood abgegeben und aufgerüstet mit ein paar Neuzugängen wie Peter oder Sola, aber im Großen und Ganzen sehe ich wieder eine Saison über dem Strich ohne konkrete Abstiegsgefahr. Dann kommt bei mir tatsächlich auch schon wieder der FC Sevilla. Nach zwei enttäuschenden Vorsaisons National sehe ich nicht, wieso es jetzt besser laufen sollte. Am ersten Spieltag spielt Neutrainer Pimienta direkt mal gegen seinen Ex-Club Las Palmas, bei denen er gute Arbeit leistete. Diese Besetzung finde ich zwar spannend, aber Sevilla hat in den letzten zwei Jahren trotzdem einige Trainer verbrannt. Der Kader wurde zwar ein wenig ausgemistet, Enesiri hat man abgegeben, Sergio Ramos als einer der wenigen Leistungsträger letztes Jahr ist weg und in Kombination mit dem Karriereende von Jesus Navas zur Winterpause fehlen auch so ein wenig die Führungsspieler. Die Neuzugänge heben sie aber auch nicht auf ihr altes Niveau mit Esshuke, Ienacho, Lokonka oder Saúl, daher erwarte ich eine weitere graue Saison. Auf Platz 13 kommt dann ein Klub aus Barcelona, aber keine Sorge, Espanyol ist wieder aufgestiegen, ich meine hier natürlich nicht Barca. Im Vorjahr ist man nur als Vierter über die Playoffs wieder aufgestiegen. Dabei hatte man sehr viele Unentschieden und die wenigsten Niederlagen aller Zweitligisten. Man ist ein erfahrener Erstligaklub und das macht sich auch in den Transfers bemerkbar. So hat man von den absoluten Leistungsträgern nur Kaidi Barre und mit Braithwaite den Top-Torschützen nach Brasilien abgegeben. Auf der Zugangsseite hat man vor allem Laien getätigt mit Cardona, Kral, Carlos Romero und Top-Talent Alejo Veliz. Seit März trainiert sie mit Manolo González, der zuvorige Trainer der zweiten Mannschaft und hat trotz einiger Unentschieden noch kein Spiel verloren, wenn man vom Finalhinspiel der Playoffs, das man im Rückspiel noch drehen konnte und dem Testspiel gegen Heidenheim absieht. Daher prognostiziere ich ihnen eine sorgenfreie Saison im Mittelfeld. Auf der 12 landet laut meiner Prognose dann Mallorca. Beim letztjährigen Pokalfinalist, der aber dennoch eine schwache Liga-Saison gespielt hat, sehe ich nicht nur aufgrund der erneut guten Transferspotenzial nach oben. Vor allem die neue Trainerbesetzung mit Arasate stimmt mich sehr positiv. Er ist wie gemacht für diesen Kader, der mit Asano und Morica nochmal verstärkt wurde. Daher sehe ich sie klar im Mittelfeld, wenn alles richtig ineinander greift, vielleicht ja sogar einstellig. Davor sehe ich auf Platz 11 Felta Vigo. Man hatte wieder mal eine turbulente Vorsaison mit Abstiegskampf unter Rafa Benitez. Nach der Übernahme vom zuvorigen Trainer des B-Teams Claudio Giraldez konnte man souverän die Klasse halten. Kann er seinen Punkteschnitt von 1,7 aufrechterhalten, würde man sich für Europa qualifizieren. Ganz so weit sehe ich sie aber trotz guter Vorbereitung nicht. Mit Strand Larsen verlor man natürlich seinen Top-Tor-Schützen, der die von Aspas kreierten Chancen aber ohnehin nicht konstant nutzte. Du hast ohnehin schon Duvikas im Verein und jetzt noch den deutschen Meister Borja Iglesias ausgeliehen. Man konnte das Team also ziemlich zusammenhalten, sogar Unai Nunez fest verpflichten und nun vielleicht endlich mal Konstanz reinbringen. Genau in der Mitte auf Platz 10 befindet sich dann Deportivo Alaves. Letztes Jahr hat man als Aufsteiger eine übertrieben souveräne Saison gespielt. Normalerweise redet man dann ja von der schweren zweiten Saison. Das erwarte ich bei ihnen nicht, da ich sie wie man sieht auf einen erneuten 10 Platz getippt habe. Einerseits haben sie Leistungsträger wie Goro Sabel oder Javi Lopez verlassen. Andererseits haben sie letztes Jahr sogar ihre Expected Points underperformed, haben danach sogar mit den internationalen Plätzen mitgehalten. Dementsprechend erwarte ich keinen Downfall, da sie unter Luis Gafia einstudierte Prinzipien haben, auf die sie zurückgreifen können. Neustürmer Villalibre ist zwar nicht dafür bekannt, seine Expected Goals zu overperformen, aber das war sein Vorgänger Omorodion, dessen Laie abgelaufen ist, auch nicht. Vielleicht kann ja Luca Romero, den man geliehen hat, im richtigen Umfeld endlich mal sein Potenzial in Leistung ummünzen. Das bringt uns dann zur Vorjahresüberraschungsmannschaft, wie es zumindest in den Medien hieß, nämlich zum FC Chirona. Zunächst einmal ist sehr wichtig, dass man Erfolgstrainer Michel halten konnte. Ansonsten könnte es eine deutlich schwerere Saison werden, aufgrund der Dreifachbelastung mit vielen Champions-League-Spielern auf der einen Seite und auf der anderen Seite den Abgängen wichtiger Spieler mit Alex Gafia, Dorfbik, Savio, Jan Kautho und Eric Gafia. Die ersten drei waren mit großem Abstand die Unterschiedsspieler, haben das System mit ihrer individuellen Qualität getragen und können auch nicht so einfach ersetzt werden. Gerade gegen schwächere Gegner hat man aufgrund von ihnen fast immer gewonnen, das wird so nicht mehr passieren. Abel Ruiz, Greigy, Romeo, Van de Beek und Hill können diese zwar nominell ersetzen, aber qualitativ wird man dadurch nicht mehr ganz so stark punkten. Und auf Platz 8 kommt auch ein Team, das letztes Jahr noch weiter oben in der Tabelle war, nämlich Athletic Bilbao. Man hat keine wichtigen Spieler abgegeben, zwei externe Baskern mit Jalot und Goro Sabel dazugeholt. Hinzu kommt allerdings die Dreifachbelastung, die man jetzt länger nicht mehr hatte. Außerdem sind gewisse Positionen wie links hinten oder die Sechsen nicht ganz auf dem nötigen Niveau besetzt, was sie durch die Baskernregel aber auch nicht ganz so einfach verändern können. Daher sehe ich sie diese Saison wieder etwas weiter hinten auf Platz 8, trotz einem überragenden Nico Williams im Kader. Aber wahrscheinlich täusche ich mich bei ihnen wieder, sie performen ja traditionell immer umgekehrt zu meinen Prognosen. Davor auf Platz 7 habe ich tatsächlich Valencia. Wahrscheinlich fliege ich damit auf die Schnauze, aber ich sehe in dem Kader sehr viel Potenzial. Der Marktwert spiegelt das auch wieder, trotzdem konnte man nie so wirklich überzeugen in den letzten Jahren. Ein Grund dafür war auch die fehlende Konstanz, die man jetzt aber vor allem auch auf der Trainerposition mit Ruben Barrera hat. Aber beim Kader hat man dies genauso, da man nicht einen Spieler abgegeben hat. Allerdings ist außer Rafa Mir auch niemand neu dazugekommen. Man hat grundsätzlich ein junges Team und dabei auch große Talente, zum Beispiel mit Ravi Guerra oder dem Innenverteidiger-Duo Moschera und Gaziorowski. Mir gefällt vor allem auch das Mittelfeld mit Pepe Lu und wenn er bleibt, haben sie mit Mamadashvili auch einen der besten Torhüter auf der Linie der Welt. Sie werden im Hier und Jetzt natürlich noch Fehler machen, aber sich auf lange Sicht weiterentwickeln und womöglich diese Saison Europa angreifen. Wenn nicht, sehe ich auf jeden Fall eine gute Grundlage für die Folgejahre. Platz 6, Betis Sevilla. Pellegrini ist mittlerweile auch schon seit vier Jahren im Amt und seitdem finisht man konstant zwischen Platz 5 und 7. Genau das, nicht mehr, nicht weniger, erwarte ich auch kommende Saison. Es gab einige Abgänge, auch wichtige mit Miranda, Guido Rodriguez, Riyad oder Ayose Perez, aber man konnte auch Spieler wie Perot, Diego Llorente oder Ricardo Rodriguez dazubekommen. Im Moment hat man allerdings nur zwei wirkliche Innenverteidiger im Kader, da muss man noch was machen, ansonsten sehe ich sie halt auf dem gleichen Niveau wie letztes Jahr. Da hat man Europa League gespielt, jetzt Conference League. Mal schauen, was diese Saison für sie rausspringt. Kommen wir zur Top 5 und auf dem fünften Platz ist erstmal Real Sociedad. Hier ist natürlich noch die Frage, ob sie eventuell noch Spieler wie Subimendi oder Michel Merino verlassen. Unabhängig davon sehe ich sie im gleichen Bereich wie jedes Jahr. Da wird einfach konstant gut gearbeitet mit Alcourfil, der seit 2018 im Amt ist. Sie haben halt Le Normand verloren als Innenverteidiger, werden das aber intern auffangen. Auf der Zugangsseite stehen auch super passende Neuzugänge mit Sergio Gomez oder Schucic. Man wird definitiv in der Top 6 landen, auch wenn es bei mir nicht zu Platz 4 gereicht hat. Den belegt bei mir nämlich tatsächlich Villarreal. Marcelino hat sie relativ früh während der vergangenen Saison wieder übernommen und von unten bis oben noch auf Platz 8 geführt. Es lief zwar nicht alles optimal, aber man konnte schon wieder eine klare Entwicklung sehen. Und ich glaube, sie können daran anknüpfen, auch wenn sie mit Sörloth den absoluten Unterschiedsspieler im Sturmzentrum und mit Jürgensen den Stammtorhüter verloren haben. Außerdem gingen viele ältere Kaderspieler wie Mandi oder Kapu. Die Neuzugänge können da auch nicht ganz mithalten. Für mich ist das ehrlich gesagt kein Champions-Sea-Kader und die Vorbereitung war auch nicht allzu gut. Aber ich habe einfach so ein Gefühl, dass sie es werden könnten, weil ich es bei der Konkurrenz auch nicht wirklich sehe. Zumal sie im Kampf um diesen vierten Platz auch den Vorteil haben, dass ihre Kontrahenten international vertreten sind und dementsprechend eher mal rotieren müssen. Gerade in der Offensive sehe ich aber Potenzial mit Baena, Ayose Perez, Danjuma oder Achomash. Somit sind wir wie jedes Jahr bei der klassischen Top 3 angekommen und auf Platz 3 kommt natürlich erstmal Atletico Madrid. Es gab schon ein paar Änderungen am Kader nach den Abgängen von Depay, Gabriel Paulista, Morata, Savic, Saúl oder Hermoso. Neu sind zwar nur drei Spieler, die aber alle einen Stammspieleranspruch haben mit Lenormand, Sörloth und Julian Alvarez. Gerade letzterer wird 25 plus Scorer machen, da er ein enorm gutes Gefühl für den Raum hat, egal ob als Stoßstürmer oder hängende Spitze und jetzt anders als bei City in den wichtigen Spielen gesetzt sein wird. Insgesamt ist das einfach der drittbeste Kader in der Liga und genau das wird Simeone auch aus ihnen rausholen und erreichen. Vizemeister wird für mich wie im Vorjahr der FC Barcelona. Ich habe ehrlich gesagt ein ziemlich gutes Gefühl bezüglich Hansi Flick bei Barca. Seinen Stil konnte er vielleicht nicht auf die Nationalmannschaft übertragen, aber zu den Katalanen könnte es eigentlich ganz gut passen. Vor allem im Zentrum haben sie die individuelle Qualität, um das direkte Passspiel von Flick aufzuziehen. Sei es Petri, De Jong, Gavi, Gündogan, Fermin Lopez oder Neuzugang Dani Olmo. Neben ihm hat man sich bisher nicht weiter versteckt, dafür aber auch kaum Leistungsträger abgegeben, abgesehen von den ausgelaufenen Laien von Cancelo und Joao Felic. Plus Sergi Roberto, der vor allem neben dem Platz wichtig war. Ich traue Barca unter Flick viel zu und hoffe, dass man auch mit einem zweiten Platz zufrieden wäre, denn an Platz 1 führt halt leider erstmal einfach kein Weg vorbei. Und das ist logischerweise Real Madrid. Die Abgänge von Groß, Nacho und Roselou haben Lücken hinterlassen, nicht nur qualitativ, sondern vor allem auch hinsichtlich der Erfahrung. Real-typisch werden die jungen Spieler aber einfach in deren Fußstapfen treten. Gerade offensiv hat man sich da ja mit Entryk und Mbappé nochmal leicht verstärkt. Eigentlich wäre fraglich, wie man all diese Offensivspieler in einem System unterbringt und ich habe da auch keine Antwort darauf, aber Ancelotti wird es wieder einmal schaffen und Real zur nächsten Meisterschaft führen. Das soweit meine Tabellenprediction zur La Liga Saison 24-25. Jetzt wird mich aber vor allem noch eure Meinung interessieren, sowohl zu meiner Prognose, aber vor allem auch, wie ihr die Teams seht. Vielleicht auch, wenn ihr euch nicht ganz so gut auskennt, nur die oberen Teams, wie ihr da so das Abschneiden prognostiziert. Schreibt es gerne mal unten rein. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!